Hi, ich bin der Günther, ich komm aus deiner Bude, willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wir sind recht gegen Ende der fünften Welt, werden diese heute abschließen und oh fuck Das Level, das hab ich ja schon ganz vergessen, also begeistert bin ich jetzt nicht, wir machen trotzdem weiter, äh, ich will jetzt auch einfach mal sagen, auch wenn ihr das wahrscheinlich ewig nicht sehen werdet, weil zu diesem Zeitpunkt sind gerade zwei Folgen von dem Projekt online und das wird noch, ja, locker ne, äh, locker zwei, drei Wochen bis zu der hier dauern, aber im Moment merkt ihr bestimmt, kommt einfach, äh, von vielen Projekten nur sehr selten was, grad so Let's Go Evoli, äh, ganz selten, ich hab halt einfach wirklich einige Projekte auf dem Kanal, die Virus-Edition nimmt natürlich einiges an Trotz weg, ähm, dann haben wir dieses Projekt, wir haben Pokémon New Snap, Let's Go Libby, da ist schon einiges dabei, nebenbei will ich natürlich auch ein bisschen für einen zweiten Kanal machen, da kommt, da muss ich einfach auch ein bisschen Prioritäten dann setzen und, äh, da muss ich halt sagen, zum Beispiel Let's Go ist von den derzeitigen Projekten wahrscheinlich das, was mir persönlich am wenigsten Spaß macht, deswegen kommt davon auch am wenigsten. Es wird noch weitergehen, aber wahrscheinlich nicht so bald und vor allem nicht so effektiv. Sobald, äh, Pokémon New Snap fertig ist, dürfte wir da mehr kommen, aber das dauert halt noch einen Moment. Und, äh, natürlich könnte ich auch einfach ein bisschen mehr Videos hochladen, theoretisch ginge das, aber ich will halt wieder ein bisschen auf Nummer sicher gehen und mir Videos in der Miete anzeigen, falls ich einfach mal eine Weile lang keine Zeit zum Aufnehmen hab. Und hier war das. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob man den Block braucht. Und ich hoffe, ich bekomme einen neuen Propeller-Block. Sonst wird's jetzt problematisch. Aber bisher... Lass mich hoch. Danke. Hat lange gedauert. So. Ich geh jetzt einfach mal optimistisch davon aus, dass wir in der Wolke da drüben die nächste Starcoin haben. Ich bin einfach ein Genie. So, die Dinger können einen, glaube ich, überhaupt nicht verletzen. Äh. So, auf dich warte ich mal, weil ich... Scheiße, ich dachte, die fällt da links runter. Wow. Jetzt muss ich das Level nochmal spielen. Was ist hier? Was ist denn? Wow. Was ein toller Einstieg. Oh. Ich dachte, ich muss da links das aktivieren, damit es funktioniert. Aber nee. Wow. Wow. Wie... Will ich mir das ein oder ist das nicht gerade das erste Mal in diesem, äh... Playthrough, dass wir solche Situationen haben? Also, die Verstecke sind mir teilweise nicht ganz so sympathisch. Vor allem, weil ich in dem Spiel manchmal das Problem habe, dass ich nicht ganz... Wow. Dass ich nicht ganz weiß, äh... Welcher Weg jetzt überhaupt, äh... Der Secret ist und welcher der richtige. Ja, ach, das schon. Toll. Wobei man sagen muss, wenn man dann wieder in einem Geisterhaus ist, würde ich da auch nicht drauf wetten. Auch wenn's dann Türen und keine Röhren wären. Aber im Geisterhaus kann da durchaus auch mal... Äh, die Secret sein. Die funktionieren so. Fuck, der fuck ist mit dem Zeitlimit hier los. Andererseits, wirklich viel Zeit verlieren kann man ja schwer in einem Scrolling-Level. Und ab zum Ziel. Das Level brauche ich persönlich jetzt nicht. Bin ich kein großer Freund von. Aber, mh... Wir haben's auf jeden Fall hinter uns gebracht. Und können damit jetzt zum Boss. Und werden sehr wahrscheinlich in die Pflanzererei rennen. Überraschend. So, alle normalen Level haben wir jetzt erledigt. Das Kaste hier hab ich halt wirklich so im Kopf eigentlich eines der coolsten. Aber nicht ganz, äh, effektiv ausgearbeitet, sag ich mal. Ein bisschen Potenzial verschwendet. Da hätte man mehr draus machen können. Aber es ist relativ kurz. So, machen wir das so. Dann bekommen wir hier gleich nochmal drei Pilze für den einen, den wir verwendet haben. Und gucken uns das Ganze mal an. Das Ende von Welt 5 geht schnell voran im Projekt. Vielleicht nicht so schnell, wie ich vielleicht cool wär, aber... So, ihr seht schon, da hinten sind so drehende Gitter-Hart-Snipe. Sekunde. Und das ist auch das Hauptelement des Levels. Gleichzeitig werden wir noch beschossen, wenn wir hier so, äh, uns rumgönnen. Ich persönlich mag das ziemlich gern, das Castle, muss ich sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die das anders sehen, aber... Ich finde eigentlich schon, es ist so, äh, mit das Coolste. Alter, war das Ding Klaus an der Lava. Aber... Ein bisschen mehr Freiraum wäre da doch drin gewesen, oder nicht? Ich... So, ähm, ist hier gleich die Zweite tatsächlich? Okay, ich hab irgendwie gedacht, die wären deutlich schneller. Aber so ist das kein großes Problem. Da holen wir uns schnell die Slarkorn. Und dann geht's weiter. Natürlich nicht vergessen festzuhalten. Sonst wird's problematisch. Ah, jetzt wird's ein bisschen gemein. Jetzt wird's ein bisschen gemein. Oh Gott, jetzt wird's ein bisschen gemein, Lull. Auf den Dingern kann man allerdings auch stehen. Da war mein Momentum gerade. Oh Gott, das war Klaus. Da war mein Momentum gerade ein bisschen dreckig. Und da ist auch direkt die letzte Starcoin. So. Damit haben wir die drei schon mal alle eingesackt. Übrigens, äh, das kann man auch machen. Und, äh, der Typ hat gleich mehr Bock. Und spammt uns richtig zu. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass da ein Hothead ist. Ähm, ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz, warum die uns für den Bosskampf Propellerpilz geben, aber... Äh, äh, okay. Äh, läuft bei denen. Äh, ja, ich hab grad kurz auf Discord geguckt und theoretisch verpennt, dass man ja noch zur Seite laufen muss. Und ihr seht wahrscheinlich schon, worauf das Ganze hier hinausläuft. Ähm... Ja. Diesmal wächst einfach der Scheiß-Botter. Und der freut sich wirklich so lange, dass man den Easy schon zum ersten Mal hiten kann. Äh, 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 äh. What the fuck? Habt ihr diese Hitbox gesehen? Ich stand ja mal so in dem seiner hässlichen Fresse drin. Äh, äh. Läuft bei euch, würde ich sagen. Woh. Ich bin dein Nummer 1. Ja. Also. Diese Hitbox. Einfach nein. Einfach nein. Ich stand. Ey, Digga. Ich bin doch so auf dem seine hässliche Fresse gesprungen. Was willst du denn von mir? Ich glaube, der will eine Schelle. Naja, wir haben alle Starcoins und kommen jetzt in eine Welt, die ich persönlich eigentlich doch sehr mag. Die Bergwelt. Und Morten sowieso, bester Kuperling. Keine Diskussion möglich. Also, wer da überhaupt versucht zu diskutieren, lost. Ähm, ja. Die Bergwelt ist, ähm, recht interessant und hat einige abwechslungsreiche Level, meiner Meinung nach. Und wir beginnen gleich mal mit Gegnern, die, glaube ich, für die gesamte Reihe neu sind. Ist ein bisschen riskant, so wie ich hier gerade vorgehe. Okay, ich treffe den nicht mal, aber egal. Ja, wir haben wieder solche Wände, wie wir schon im Cheap-Cheap-Level in Welt 4 hatten. Und jetzt kombiniert mit solchen Typen. Äh, diese Stachelbälle haben übrigens auch, sobald sie aufgeprallt sind, immer noch eine Hitbox. Deswegen, Asch der Münd. Man sollte sich wahrscheinlich eher unten dranhängen. Natürlich auch einen Haufen Kugel-Willi-Kanon am Start. Also, natürlich, ne? Irgendwie natürlich ist es jetzt nicht, aber... Das war, glaube ich, der größte 500-Moment, den ich jemals hatte. Und damit meine ich, what the fuck war das? Das war allerdings ganz nice. Wie komme ich jetzt allerdings, äh... Ja, in dem Moment. Was ein Keck. Naja, zumindest haben wir die Star-Coin. Und sollten wahrscheinlich kurz warten, bis die Kugel-Willi durch sind. Sonst könnte es problematisch werden. Was? Was sind das für Hitboxen? Wie wurde ich getroffen? Da tritt ich in Generalstreik. Also, heute hat das Game irgendwas gegen mich. Und ich habe gerade ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich da hin... Oder... Muss ich da überhaupt hoch? Ich meine, wir können es ja mal angucken. Weil der Weg ist nicht schwer. Das ist allerdings auch nicht relevant. Oh, als ob wir jetzt diese letzten zwei Coins oder so nicht waren. Mann! Äh, das Game will eine Schelle. So, also, zack. Gehen wir weit... Äh, gehen wir nicht weiter. Sekunde. Mir fällt gerade so was auf. Das Spiel schleust uns an der Star-Coin vorbei, das Ekelhafte. So, und jetzt wird's interessant. Wenn jetzt ein Haufen Kugel-Willi-Kanonen... Ja, scheiße. Ich glaube, viele mögen solche Stellen auch nicht, weil das einfach... Das ist Dezenz, Bandy. Das stimmt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Oh, fuck. Hier ist No One Up. Und ich muss irgendwie schaffen, noch einen Kugel-Willi hinten zu haben. Ich glaube, einen von den höher gelegenen... Oder ist der überhaupt hoch genügend? Ich glaube nicht. Nee, nee, nicht im Ansatz. Ich brauche einen höher gelegenen... ...um da hinten zur dritten Star-Coin zu kommen. Die von der Kanone reichen nicht. Ich brauche so einen... ...und muss dabei... Oh mein Gott, ey. Man kann ja auch einiges an One-Ups farmen, muss man sagen. Ah, ich hätte den... Ich hätte den zweithöchsten gebraucht. Nicht den höchsten. Deswegen war ich gerade aus dem Konzept. Ich brauche... Ich brauche... ...den Zweiten da. Und Speed brauche ich. Die Droge. Als ob! Knall mit deinem fetten Klempner-Schädel-Alter dran! Boah, in dieser Folge kriegen wir irgendwie nix geschissen. Ich hatte irgendwie das... Äh... Ich habe mir irgendwie gedacht, der ist wahrscheinlich schon despawned. Aber jetzt... Und jetzt... Ja! So! Jesus Christ! Zumindest haben wir's jetzt. 6-2. Ein Untergrundlevel. Ich erinnere mich ehrlich gesagt kaum noch. Ich weiß nur, dass 6-3 toll war. Ähm, äh, das... Ich erinnere mich... Also ich erinnere mich daran, dass das Level existiert hat, aber es war's dann auch schon. Da endet mein Wissen über das Tier dann auch. Ich meine, es hat irgendwie existiert, aber... Ich brauch mal... ...dich für einen Moment. ... ... ... ... Verpiss dich mal wieder. Digga, ist das dein Ernst? Ich hab mich so cool gefühlt, weil ich das so gut hinbekommen hab. Und dann schaff ich's nicht, in diese scheiß Lücke zu rutschen. So, das ist aber 5-Hat-Moves. Und guckt mal, ich bin sogar direkt unten. Na... Oh, da, äh, da hinten... Ich hab mich nicht umgedreht. Ich habe nicht gedrückt, dass ich mich umdre... Ist das euer Ernst? Ich hab meine Eisblume jetzt durch so'n Scheiß verloren und brauch die. Ist das euer Ernst? Also komm, das ist jetzt echt billig. Ich wollt's jetzt einen Spin-Jump versuchen, dadurch bekomm ich auch keine Eisblume mehr. Schön, ich bekomm einen Stern. Der hilft mir ja weiter. Ich bekomm doch bestimmt von dem Ding keine Eisblume, oder? Oh! Wait a minute! Die Röhre da ignorieren wir einfach mal gekonnt. Kein Risiko. Da kein Risiko. Ich bin einfach der Beste. Wir haben das Ding tatsächlich trotzdem noch bekommen können. Wo ist die Röhre? Da kommen Coins. Das sieht doch verdächtig aus. Dass hier eine Röhre ist, haben wir ja grad gesehen. Also... In der... In der Theorie ist hier eine, I guess. Wo bleibt die? Na, ich merk's! Äh... Danke! Und irgendwie war Mario gerade leicht verbuggt. So, wie machen wir das jetzt am effizientesten? Okay, die... Die sind ja gar nicht bedrohlich, Lull. Die sind ja nicht im Ansatz bedrohlich. Damit haben wir alle Star-Coins hier. Und können aus dem Level raus. Sache ist die, ich hab ehrlich gesagt auch jetzt noch keine Ahnung, wie ich das Level bewerten soll. Ah, ich hab viel Sorge gehabt, dass einer vielleicht in der Luft ist von den Fetten, aber... Ne, beide tot. Das ist immer was Schönes. Wir vermitteln gute Werte. So, und komm an die Zielspitze, was uns einen Scheißdreck bringt, weil wir 99 Leben haben. Und du, mach dich mal bereit, ich werde das zweites Wasser auf der Switch aufnehmen. Ähm, ja. Dann können wir jetzt entweder da oben weiter, oder wir gehen hier nach rechts. In vermutlich zumindest früher eines meiner Lieblingslevel im Game. Ob das immer noch der Fall ist, bezweifle ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, aber... Wir werden's sehen. Es ist ein sehr interessantes Level, auf jeden Fall. Ihr seht, denk ich schon, was hier so abgeht. So, und hier sind ganz viele fette Scheißhaufen. Piranha-Planzen gibt's auch. Ist das dein Ernst, Alter? Wie oft will ich heute noch ein wichtiges... Das ist ein Joke. Ja. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich ein wichtiges Item zwei Sekunden vor der Star Coin durch Miss-Input verliere. Zum Glück ist da der Keck. Ja. Ja. Und jetzt wieder... Oh, das Timing! Einfach der Gott! So, jetzt kommen ganz viele Kecks. Einfach ein bisschen durchspeeden. Berechnet! Berechnet! What the fuck? Hier passieren grad seltsame Dinge. So. Ich weiß grad gar nicht. Ist da der Weg weiter? Ich spring erst mal hier hoch. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Blöcken der Weg weiter ist, oder? Nee, nee, dann ist das wirklich die Star Coin. Ja. Braucht man in der The... Ach, du Schießbarst einfach. Braucht man in der Theorie einen Wasseranstieg für in der Praxis, bin ich einfach der Beste. Und damit haben wir auch die Nummer drei. Die Feuerblume brauchen wir. Diese sechs Münzen auch. Rein in die Röhre. Das Gute ist, dass wir... Ach, trotzdem hätte ich die Feuerblume schon gern gehabt. Hier muss ich sagen... Die wär schon praktisch. Danke! So, einfach hier hoch. Und dann müssten wir am Levelende sein. Noch ein paar Pflanzen anzünden. Ja, ich muss sagen, ich find das Level immer noch sehr abwechslungsreich und interessant. Also, äh, immer noch appreciate ich guter Level. Ja. Und damit sind wir auch fertig für die heutige Folge von New Super Mario Bros Wii. Es war nicht die effizienteste Folge. Hatte einige dumme Interaktionen. Wo wir grad von dumm reden. What the fuck ist diese Piranha-Pflanzen-Animation? Naja. Es war, denk ich, trotzdem ganz lustig. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo auf dem Kanal da. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao!